Sehr schön. Richte Laune. So, Level 2, Eisengard. Entdecken die Hobbits zu Eisengard. Entdecken die Hobbits, entdecken die Hobbits, entdecken die Hobbits zu Eisengard. Es ist schwer, daraus was zu machen. Also, wenn ich was höre, dann weiß ich sofort, was ich daraus machen kann. Aber das sind jetzt bei diesen beiden Sachen nicht der Fall. Und da muss ich dann wirklich kreativ sein und was möglich auch daraus machen. Ja. Also, ich suche meistens diese Stellen, wo man schon, ohne die Musik zu hören, dass die Stimme eine Melodie hat und man weiß schon genau, was man da hinmachen kann. Das ist hier nicht der Fall. Okay. Ja, ich lade mir einfach mal beide runter, mal gucken. Was habe ich? Warte mal. Converter Nummer 1, irgendwie so. Wird Google schon finden. Da. So, jetzt umwandeln. Bip. Bitte einmal WAV. Erzähle deine Freunden von uns. Nö. Mhm, Video wird bearbeitet. Warte mal. Warte mal. Ach, nee. Ach, der wäre leider, das ist ja gar nicht das Video runter. Stimmt, ja. Gut. So. Warte mal. Ich mache das mal anders. Ähm. Nein, das ist Studie 12. Das... Kannst du mal bitte runtergehen? Hallo? Äh, jetzt. 12. Ja, gut, das ist richtig. 1.3. Speichern. Okay, das wird wahrscheinlich jetzt, äh, Internet ziehen. Ich habe mir schon alle Links angeguckt und angehört. Aber wie gesagt, es ist ein bisschen schwer immer. So, jetzt müssen wir warten. Jetzt wird das runtergeladen. Ich kann, glaube ich, nicht, äh, zwei Videos gleichzeitig, äh, zwei Tonspuren gleichzeitig runterladen. Das würde zu viel Internet ziehen. Für den Stream. Also müssen wir jetzt warten. Ja. Und sonst so? Alles fit im Schritt? Es ist Samstag. Ich habe ausgeschlafen. Und... Ja. Die Woche ist bald vorbei. Gott sei Dank. Obwohl bei mir war die Woche gar nicht so anstrengend. Die war eigentlich sogar ganz gut. Hat, äh, ja, war sehr schön die Woche. Nein, ich mache keinen Remix von Orbasmus. Wenn, dann bräuchte ich davon die A Cappella. Und Motivation. Und ich denke nicht, dass es von dem Lied eine A Cappella gibt. Endsong von was? Hast du schon den Barro 1 Endsong von GEP? Äh, nee. Keine Ahnung. Habe ich nicht gehört. 50 Prozent. Äh. Gibt es vielleicht ein Best-Off von ihm hier? Hand of Blood. So, da habe ich früher ja immer, äh, dann habe ich mir die Arbeit erleichtert. Früher, dann habe ich immer so nach den Sachen von GEP gesucht. Watt, singst da mal, singst da mal anders? Mhm. Gucke ich mir gleich an. Alles klar. Äh, was? War mal ein Remix aus dem 9-Song von GEP? Was für ein 9-Song? Keine Ahnung. Was für ein 9-Song? Ich, äh, guck mal gleich. Was ist das? Give it to me, give it to me, I will rock! Alles klar. Ich muss sagen, ich kenne ihn überhaupt nicht. Ich habe schon Hand of Blood irgendwie gehört, so. Aber ich, äh, habe ihn noch nicht abonniert oder so. War ich da... Ich bin hier auf seine Videos gestoßen. So, was? Äh, 9-Song? Ja, Internet ist gerade ein bisschen... 88 Prozent. Achso, mit den 9-Song meinst du dieses... Na, 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 na. Ja gut, ist ja schön und gut, aber ich kann daraus keinen Song machen, weil... Es gibt nirgendwo eine Stelle, wo er... Wo er das frei ohne Hintergrundmusik singt. Und wenn ja, dann will ich die... Will ich jetzt nicht jedes Video durchsuchen. Aus... äh, warte. Mhm, mhm. Ist in 10 Minuten da, okay. Ach das, ja, ja, die Folge habe ich gesehen. Aber wie gesagt, da, äh, ist Musik und was... Ich weiß nicht, was ich daraus für ein Remix machen soll. Also, wenn, dann muss es ja ein Remix sein. Ich kann ja nichts eigenes draus machen, weil die scheiß Hintergrundmusik zu laut ist. Äh, das gleiche Prinzip ist auch, äh... Ach, ist gut, oder? Ähm... Wie heißt das? Wie heißt der Song nochmal? Äh, Bad Word. Genau. Hatte ich schon mal ausprobiert, was draus zu machen. Kann ich dir mal kurz zeigen. Da. Theoretisch könnte es mal weitermachen. Ist gar nicht so kacke. Aber... Naja, ist auch wieder die Hintergrundmusik von dem Klavier da. Ja, das habe ich mir auch schon angeguckt. Akapella Dubsip Intro. Mal gucken. Wir machen mal ganz geschillt und ich sammle mal die Sachen zusammen. Ich hoffe, mein Speicher reicht dafür, für die ganzen WAV-Dinger da. Gehen da schon... Ups. Jetzt wird sich hier, glaube ich, was öffnen. Na? OneDrive, willst du dich öffnen? Hm? Ja, verpässt dich. Ja, das reicht noch. Okay. Hier, der Remix, den ich schon mal angefangen habe, aber immer noch nicht fertig ist und es hängt alles. Wuff. Mhm. Wett. Äh, ja. Darauf antworte ich jetzt nicht. Oh, jetzt muss mein Hund auch kläffen. Alles klar. Hat er schon gemacht, ja. Ever Studio kackt ab. Jetzt ist hier dieser Mist offen. Tschüss. Nee. Blödes Windows 10. Ah, ich lade es nochmal. So, nochmal. Wipp. Müsste jetzt gehen. Ja, Luna, genau. Heißt übrigens, Luna ist, glaube ich, französisch? Irgendeine Sprache? Auf jeden Fall. Ich denke, das ist französisch. Wenn nicht, dann korrigiert mich. Und heißt Mond. Für diejenigen, die das nicht wissen, wissen es jetzt. Darum haben wir unseren Hund einfach genannt, weil, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie meine Eltern auf den Namen gekommen sind. So, das ist, äh, kennt ihr bestimmt. Oh, da fliegt hier schon wieder ein Pfeil. Kann der von dir? Weißt du was? Nein! 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 Ey, warum passiert das in letzter Zeit immer? Ja, ich würde so gerne noch mal schlafen, einmal pendeln, noch einmal pendeln. Nein, du wurdest gerne abgehauen. Nein, das ist nicht wahr, nein, das ist nicht wahr. Ich würde so gerne noch mal schlafen, einmal schlafen. Einmal pendeln, noch einmal pendeln, noch einmal pendeln. Eine Wurdest gerne abgehauen, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Ey, warum passiert das in letzter Zeit? Und, äh, ja. Ich finde nicht, ich weiß nicht, ob man daraus was machen kann. Ist es Latein? Was? Luna ist Latein? Echt? Ähm. Ja, mh, also ich glaube nicht, dass ich das dann weitermachen werde. Ich habe das mal so angefangen und dachte, ja, vielleicht kann man daraus was machen. Und man kann es bestimmt, aber dazu sind meine Skills noch ein bisschen, ein bisschen tief. Na gut. Äh, warum sehe ich meine Tarsleiste nicht? Ah, jetzt. Wo ist denn das Dings, was ich runtergeladen habe? Irgendwo hier? Alter. Das könnt ihr gerade nicht sehen, weil da der Chat drüber ist. Was für ein schöner Bug. Äh, was war das für ein Video? Was habe ich gerade runtergeladen? Ah. 21 Tode, okay. Äh, da. Den ersten Teil von The Dropper habe ich euch auf dem Kanal schon mit zwei Videos vorgestellt. Ein... Ähm. So. Welche Stelle? 4,55. So, Level 2. Äh, bei mir... Hm, Twitch-App steht einfach Twitch spielt Oliver Musik. Was? Twitch spielt... Hä? Das ergibt nicht... Überhaupt nicht Sinn. Ja, auch zu streamen, sonst wollen die anderen kein TTT-TTT-TTT spielen. Nö. Dann spiel doch TTT. Jetzt wird eh nichts Großartiges passieren. So. Äh. Man muss jetzt wirklich kreativ sein, weil das hat keine Melodie oder sowas. Man muss da schon, äh, jetzt richtig schon selber was draus machen. Und außerdem ist es ganz kurz und ich müsste da irgendwie noch so viel Abwechslung mit reinbringen. Geh erstmal auf hier eins. Ne, eigentlich wäre es sinnvoll, dass ich jetzt erstmal ausrenne, sonst ist das zu lang. So. So. So ist das geil. Äh, zack. Ist hier alles aus? Ja, hier nix drauf. Export Wave. Badges. Take it. Keine Ahnung, was er da sagt. Google-Übersetzer sagt, auch dass Pikachu Batman heißt. Was? Ich glaube nicht, also Luna, ich glaube nicht, dass Luna Latein ist. Vielleicht gibt es ein Wort in Latein, aber ich glaube sogar, dass es Französisch ist. Jetzt will ich das selber mal wissen. Warte mal. Ich wusste es früher. Ich habe es vergessen. Was sagt denn Google-Übersetzer? Rumänisch. Alles klar. Was heißt das? Ja. Mond. Ein Monat? Pff. Warte mal. Französisch. Äh. Französisch. War das Französisch? Oh, ich bin hier Französisch. G, äh, da Französisch. Pff. Äh, nö. Scheint nicht Französisch zu sein. Hm, Latein? Na, ist auch egal. Muss ich meine Mutter mal fragen. So. Wie habe ich das genannt? Take, take, d-d-take. Wo ist die Take? Oh Gott, ich habe hier atemlos drin. Äh, darüber habe ich übrigens ein Remix, also, ich habe es nicht hochgeladen, aber, äh, ich habe daraus versucht ein Remix zu machen. Und es ist eigentlich ganz gut, aber ich habe es nicht, äh, fertig bekommen. Und, bin so voll, das leider zu machen. So, in Level 2, Isengard, and taking the Hobbits to Isengard, and taking the... So. Boah, ich muss husten. Warte mal. Standbild ist, äh, bei mir eigentlich, ausmachen, aus. Ähm, erst mal ein Equalizer. So. Was ist denn hier mit FH2? Warum ist das so komisch? Warte mal. Hm? Haben die das geändert? Ist auch egal. So. So. Stimmt hier mit der Tars-Lizer und mit dem Programm nicht. So, Level 2, Isengard, and taking the Hobbits to Isengard, and taking the Hobbits... So, pass mal auf. Ich schnapp mir mal gleich das Klavier. Ich glaube, da muss ich eher mehr mit Rhythmus und so arbeiten und weniger mit... Weißt du? Ich glaube, ich muss das sogar richtig zusammenschnippeln. Ist das überhaupt... So, Level 2... Level 2, Is... Wo ist denn hier der Anfang? Isengard, and taking... Isengard, and taking... Da wäre der erste Anschlag. Isengard, and taking the Hobbits to Isengard. Isengard... Ähm, Moment. Lass mal das hier aus. Isengard, and taking the Hobbits to Isengard. Ungefähr so. Isengard, and taking the Hobbits... Isengard, and taking... Isengard, and taking the Hobbits to Isengard... Gott. Bisschen schneller. Hust, mach mal Remix aus. Ich mache mir Bananen mit. Nein. Ich weiß nicht, ob das gerade gefallen wird. Es wäre aber lustig, es wäre aber lustig. So, das ist jetzt schwer hier. Wo ist der ein Schall? So. Dazu schnell hier. Ich mache das mal ein bisschen leiser. Ich kann das natürlich scratchen einfach. Da passt es. Na gut, ist ein bisschen zu schnell. Ich probiere mal kurz was aus. Äh, Audio. Und hier. Und hier. Vielen Dank.